Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute geht es weiter und zwar mit Arrays. Arrays sind sozusagen der nächste Schritt in Richtung von Strings, also dem was wir hier bei Printf angeben, sozusagen Zeichenketten. Damit möchte man eigentlich relativ gerne arbeiten, denn die sind irgendwie für uns Menschen sehr angenehm. Und deswegen nehme ich einfach mal an, ihr wollt es auch haben. Aber der Rest was wir bisher hatten, der ist trotzdem enorm wichtig. Und ja, war auch wichtig, dass wir das alles vorher machen. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal Arrays an. Arrays sind eure Möglichkeit, wie ihr mehrere Variablen innerhalb einem Variablen-Namen speichern könnt. Hört sich jetzt kompliziert an ohne Ende. Ist im Prinzip einfach nur eine Box, wo ihr Sachen reinpacken könnt und dann nachher wieder rausziehen könnt, geordnet. So, und definieren tut ihr hier ganz normal, wie immer, ein Integer. Also ihr sagt, ich hätte gerne ein Integer, zum Beispiel a, sagen wir wieder a dazu genommen, nicht a, b, c oder sowas, sondern einfach nur a. So, und jetzt hinter dieses a kommen eckige Klammern und wie immer das Semikolon. Und innerhalb dieser eckigen Klammern schreibt ihr jetzt, wie viele Integer ihr innerhalb von a in diesen Namen a rein speichern wollt. Also ihr könnt hier zum Beispiel 100 Integer rein speichern, ihr könnt 20, 1000 oder auch nur ein. Negative Anzahl geht logischerweise nicht, das macht auch irgendwie keinen Sinn. Ich hätte gerne minus ein Integer in meinem Array drin, das ist irgendwie komisch. Okay, sagen wir jetzt hier einfach mal 10. So, und jetzt haben die aber alle Standardwerte und auf die kann man irgendwie nicht zugreifen. Deswegen müssen wir irgendwie schauen, wie wir das Ganze initialisieren können, also wirklich Werte zuweisen können. Und das tun wir, indem wir sagen, a an der Stelle und dann kommt hier die Stelle rein, zum Beispiel 0 ist gleich. Und jetzt weisen wir hier irgendwer zu, zum Beispiel 42. Achtung, wir verwenden hier die Stelle 0, wir fangen mit 0 an zu zählen, das heißt, wir haben hier zwar 10 Elemente drin, aber wir können das 0. Element zuweisen, das 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. und das 9. Aber das 10. Element wäre ja dann eigentlich das 11. Wenn ihr mit 0 anfangt zu zählen, dann ist das 9. Element, also wenn hier eine 9 drin steht, das letzte. Und mit einer 10 haben wir eigentlich schon 11 Elemente, weil wir die 0 auch noch mitzählen müssen. Also das ist ja ein Element. Und deswegen geht es von 0 bis 9, obwohl wir hier 10 reingeschrieben haben. Also hier oben kommt die echte Anzahl der Elemente rein, in die Klammern, wo wir es definieren. Und wenn wir darauf zugreifen, dann können wir von 0 bis 1, äh, diese Zahl minus 1 hier. Okay. So, das war jetzt relativ kompliziert, das war aber eigentlich auch schon das Schwerste. Jetzt können wir das natürlich für jede Variable einzeln machen. Hier sagen wir a von 1 ist gleich 1, 3, 3, 7 und so weiter und so fort. Aber normalerweise will man das Ganze automatisch bauen. Denn so könnte ich mir ja auch einfach ein Int A, ein Int B und so weiter erstellen. Und wenn ich das Ganze automatisch baue, dann benutze ich eine Vorschleife. Dazu noch ein kleiner Einschub, habe ich glaube ich nicht explizit gesagt gehabt. Bei einer Vorschleife müsst ihr die Zählvariable explizit oben drüber definieren. Also ihr müsst hier oben sagen Int B oder Int I, sage ich jetzt hier. Weil I ist irgendwie die Zählvariable, warum auch immer. Haben wir irgendwie von den Mathematikern uns abgeguckt, glaube ich. So, also wir sagen hier oben drüber Int I. Es gibt so eine Zählvariable I. Und hier drin sagen wir dann wie immer I gleich 0. Und jetzt I kleiner 10. Echt kleiner 10, denn dann zählen wir von 0, also dem hier, bis einschließlich 9. Und 10 ist nicht mehr hier drin in der Vorschleife. Und das ist genau das, was wir wollen. Also wir sagen, wir wollen bis inklusive 9 gehen. Und die 10 wollen wir ja nicht mehr, denn die 10 gibt es gar nicht mehr als Element in unserem Array. Okay. So. Und jetzt sagen wir hier drin einfach, wir wollen zum Beispiel A an der Stelle I zuweisen. Mit 42. Wir weisen jetzt aktuell jedem Wert hier 42 zu. Hier kann natürlich eine Berechnung stehen, die von irgendwelchen Variablen oder Funktionen oder was auch immer abhängig ist. Könnt ihr euch völlig frei aussuchen. Und ja, jetzt weisen wir aktuell einfach hier jedem Wert in unserem Array den Wert 42 zu. Okay. So, ihr könnt natürlich jetzt auch einfach sagen, wenn jetzt mein I, if I gleich 5, dann kriegt mein Wert, dann sage ich hier A von I ist gleich 1337. Damit kriegt genau der fünfte Wert, kriegt hier die 1337. Ihr könnt natürlich auch einfach hier unten drunter schreiben, dass A an der Stelle 5 soll 1337 sein. Das hat im Prinzip genau denselben Effekt. Immer der letzte Wert ist natürlich der neueste und die anderen Werte verfallen dann. Also wenn ihr irgendwie einen Wert zuweist, dann sind die anderen Werte vorne dran vergessen. Also ob ihr jetzt das macht oder ob ihr unten drunter sagt, A von 5 gleich 1337 ist egal. Nur so zwei Möglichkeiten, wie ihr dann auch noch was machen könnt. Das macht man relativ häufig, deswegen zeige ich euch das einfach mal. Okay. Aber wobei, das lassen wir einfach mal drin. So, und jetzt wollen wir das Ganze noch ausgeben. Dazu schreiben wir uns wieder so eine Vorschleife. Ich kopiere die jetzt einfach mal und printen uns jetzt immer die Ausgabe von A. So, wir haben immer noch Integer-Werte, allerdings haben wir jetzt hier 10 Integer-Werte. Und wir können nicht einfach alle 10 auf einmal ausgeben, es sei denn, wir schreiben es hier explizit hin. Wir könnten aber einfach folgendes machen. Wenn wir sie alle in einer Zeile haben wollen, dann lassen wir hier dieses Backslash N weg und sagen, ich hätte gerne A an der Stelle I ausgegeben. So. Und ganz am Ende möchte ich trotzdem noch eine neue Zeile haben. Ups. Das ist echt schlimm manchmal. Also ich kann manchmal echt nicht tippen. Backslash N. So. Und jetzt gebe ich einfach meine ganzen Werte aus. Ich schreibe hier vielleicht noch ein Komma und ein Leer hin, damit man sie auch vernünftig sehen kann. Und ich gebe die ganzen Werte aus. Und dann wird es hier unten einfach eine neue Zeile eingefügt. Also, es wird eine neue Zeile eingefügt. So. Jetzt kompilieren wir das Ganze mal und führen es aus. Und was wir jetzt bekommen, ist einfach 9 mal den Wert 42 und 1 mal den Wert 1337. Und am Ende kriegen wir auch noch eine neue Zeile, sonst wäre das hier eben, also das Morpheus at Morpheus Desktop wäre immer noch in derselben Zeile. Okay. Ja, so funktioniert das Ganze mit Arrays. So könnt ihr damit grob mal umgehen. Und weitere Sachen dazu zeige ich euch im nächsten Video. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.